Ja, endlich redet die Tagesschau vom Ausstieg aus dem ganzen Shutdown-Wahnsinn. Ja, super. Endlich, bevor man sich der totalen Peinlichkeit aussetzt und dem Welturteil, dass man alles verkehrt gemacht hat, zeigt man jetzt wenigstens Professoren, die vorsichtig schon mal andeuten, dass wir jetzt langsam aufhören müssen mit dem Quatsch sozusagen. Wie gesagt, ich bin völlig offen dafür, dass vielleicht am Ende doch rauskommt, dass Corona doch eine gewisse, etwas stärker sein könnte als die Grippe. Ich bezweifelte das nur, aber ich bin offen dafür und empfehle jedem natürlich auch alle Maßnahmen zu befolgen. Das fällt mir auch selbst überhaupt nicht schwer. Außerdem, für mich ist dieses ganze Shutdown sowieso nicht störend eigentlich, weil meine ganze Arbeitsabläufe laufen ganz normal weiter. Und hier, man sieht es ja, wenn ich Videos mache, dann bin ich sowieso im Homeoffice sozusagen oder im Bürooffice. Ja, also endlich Ausstieg, ja. Und jetzt habe ich mal ein bisschen rumgerechnet, was vielleicht jetzt mal für die Leute ganz wichtig sein könnte, ja. Also, googeln Sie bitte mal selber nach, damit Sie das verstehen, was für ein Wahnsinn das Ganze eigentlich ist, das ganze Corona-Thema, ja. Im Jahresdurchschnitt sterben jedes Jahr in Deutschland ca. 900.000 Menschen. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgegoogelt. Ich denke, das ist so. Googeln Sie selbst nach. Sie werden es ja selbst bestätigt gefunden, dass die Großenordnung, also bei 84 Millionen Menschen haben wir einen ganz normalen Sterbe. Also, denn die Leute werden ja nicht tausend Jahre alt oder unendlich aber alt, ja. Sobald Lebewesen nicht unendlich alt werden, hat man eine kontinuierliche Sterberate. Es sterben immer die weg und dann werden wieder neue geboren, ja. Das ist ganz normal in jeder Gesellschaft. Das heißt, wir haben jedes Jahr 900.000 Menschen in Deutschland zu betrauern, um die sich aber, über die niemand auch nur ein Wort verliert, ja. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir die letzten vier Monate sehen, dann hätten wir also ungefähr, also das ist ungefähr ein Dritteljahr, genau genommen ein Dritteljahr. Und dann hätten wir da also schon mal 300.000 Tote, die selbstverständlich innerhalb der letzten vier Monate jedes Jahr sterben. Und das ist noch zu niedrig gegriffen, denn im Winter werden es wahrscheinlich eher 400.000 Tote sein. Also wegen des Wintersterblichkeitsbauches in den Kurven oder Buckels in den Kurven, sozusagen, ja. Das bedeutet also jetzt auf Deutsch gesagt, wir haben also in den letzten vier Monaten wären normalerweise 400.000 Menschen gestorben. Und jetzt, das können wir noch nicht mal statistisch, können wir das noch nicht mal wahrnehmen, ob jetzt ein paar hundert Tote gestorben sind, ja. Und jetzt macht, spielt China, ich weiß nicht aus welchem Grund China solche Spiele mitspielt, ja. Solche Irrtumsspiele der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie mitspielt, ja. Ich gehe mal zwischendurch nur kurz für die, für die das erste Video hier ist, da ganz kurz zur Information. Also hier die naturwissenschaftliche Beweisführung, warum Medizin ein Synonym für Irrtum ist, ja. Hier haben wir den, also noch einmal vor vielleicht 170.000 Jahren, den ersten Heiler der Welt, sozusagen. Und er lebt in der Welt der Wahrheit und sagt, liebe Leute, ihr dürft den ganzen Müll, den die Lebensmittelhändler euch bringen, denn der Tauschhandel war da schon lange erfunden wahrscheinlich. Und diesen Müll dürft ihr nicht essen, ihr müsst naturbelassene Sachen essen, ihr müsst einen gesunden Lebensstil an den Tag legen und einfach das genießen, was ihr in euren Kommunen an Lebensglück habt und an gesunder Nahrung und so weiter, ja. Und dadurch hat er, erzeugt er sich keine Dauerkunden, keine Dauerpatienten, denn die Leute werden so gut beraten, befolgen das und brauchen ihn nie wieder, weil sie kerngesund 127 Jahre vielleicht alt geworden sind und dann gesund gestorben sind, ja. Und der andere hier, vielleicht der zehntausendste Schamane der Evolution, der sozusagen irrt sich plötzlich, der hat einfach wirre Gedanken, irrt sich und so weiter und letztendlich, weil er sich irrt, sozusagen, sagt er so Dinge wie, ach nein, also ihr könnt ruhig diesen ganzen Chemiesondermüll der Lebensmittelhändler essen, nein, das ist nicht die Krankheitsursache, nein, ihr werdet krank, weil eure Gene so schrecklich sind oder weil ihr einen Mangel an Medikamenten einfach habt und weil ihr einen Mangel an Impfungen habt und weil ihr einen Mangel an Tests und was auch immer habt, ja. Und dadurch werden die Leute natürlich davon abgehalten, sich um die Ursachen ihrer Krankheit zu kümmern, sozusagen, und da zu handeln. Und dadurch werden sie immer wieder krank und immer, weil die Ursache, ja, zum Beispiel die krankmachende Ernährung, der krankmachende Lebensstil, immer weiter wirkt, sozusagen. Und dann kann dieser hier, hat er viele Dauerkunden, die dauerkrank sind, Dauerpatienten und so weiter, weil er sie ja nie auf die Ursachen hin behandelt, sondern immer nur auf Symptome hin. Und dadurch kann er richtig verdienen und hat richtig Einnahmen, kann viele Kinder, hier zwei Kinder, dann hier drei Kinder in der nächsten Generation. Und daraus, also ganz viele Kinder sind die Folge und stellen dann eine Armee von Medizinprofessoren an unseren Universitäten dar, die alle solche Irrtümer in ihren Köpfen tragen, sozusagen. Also, damit ist naturwissenschaftlich bewiesen, Medizin ist gleich Unwahrheit. Medizin ist gleich gewinnbringende Irrtümer, weil die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, nichts anderes zulässt als solche Evolutionsprozesse, in denen sich die gewinnbringenden Irrtümer ausbreiten und zu einer Gehirnwäsche der Gesamtbevölkerung führen. Haben wir jetzt zum tausendsten Mal bewiesen, ja. So, und jetzt können wir wieder zurückgehen. Das heißt, also jetzt gehen wir zu den Zahlen zurück. Also, in den letzten vier Monaten sind wie jedes Jahr auch 400.000 Menschen gestorben. Ja, und ob jetzt nun ein paar hundert zusätzlich gestorben sind oder ob in diesen 400.000 die drin sind oder wie manche Wissenschaftler behaupten, dass diesen Winter eben nicht 400.000 gestorben sind, sondern nur vielleicht nur 300.000 oder 250.000 oder, nee, 300.000 müssen es ja schon gewesen sein. Also nicht 400.000 gestorben sind, sondern nur so vielleicht 350.000, weil das diesmal ein ausgesprochen milder Winter war. Also der sozusagen, da gibt es ja mehrere Wissenschaftler und gute Ärzte, also Ausnahmeärzte, die das so in diese Richtung gesagt haben, ja. Es gibt ja für jede Regel gibt es auch Ausnahmen. Es gibt auch Ärzte, die sich hier also gegen diese, gegen ihre Professoren entscheiden und sich die Indoktrination von diesen Professoren sozusagen abgeschüttelt haben. Wir haben ja bei den Next Scientists for Future 2 eben ja auch, Next Scientists for Future, wo ist es? Hier die neue Homepage, da haben wir ja eben auch sozusagen, wo sind sie? Weltrat der Weisen zum Beispiel. Hier haben wir ja auch Ärzte dabei, also von den 20, über 20 Wissenschaftlern sind ja hier nur wenige aufgeführt. Aber das ist zum Beispiel ein Arzt, der Dr. Ludwig Manfred Jakob, der sich von den vielen Irrtümern seines Studiums freigemacht hat und von daher natürlich selbstverständlich ganz nah an den Wahrheiten natürlich ist und also eben viele dieser gewinnbringenden Irrtümer nicht mehr in seinem Kopf hat und sich da entsprechend für Gesundheitsförderung einsetzt und Krankheitsverhinderung. Ja, also, das heißt also, wenn dieses Jahr, diese letzten vier Monate nur 350.000 statt 400.000 gestorben sind und in den letzten Jahren eher 400.000 gestorben sind, warum dann ein Totalangriff auf die deutsche Wirtschaft oder ja auch in vielen Staaten ein Totalangriff auf die deutsche Wirtschaft und europäische Wirtschaft, was dann Europa dem Kaputtgehen immer näher bringt sozusagen? Warum dann das Theater sozusagen? Denn sie würden die paar Hundert, die jetzt gestorben sind, ob die jetzt in den 350.000 oder jetzt sagen wir schlimmstenfalls 400.000, ob die jetzt da drin sind, also ob sie 400.000 und ein paar hunderte Tote haben oder ob sie 399.000 und ein paar hundert Corona-Tote haben, sodass sie dann in der Summe wieder auf 400.000 kommen oder ob sie eventuell in der Summe auf 350.000 Tote kommen. Das ist doch wirklich völlig belanglos. Ich glaube, wir können also bei den Schwankungen der normalen Sterblichkeit rund um die 400.000 in diesen Wintermonaten der letzten vier Monate, wenn wir diese vier Monate in den letzten Jahren zurückgehen, letztes Jahr diese vier Monate, vorletztes Jahr diese und so weiter, mal fünf Jahre zurückgehen und so weiter. Da sind so viele Schwankungen dieser 400.000 Toten, dass das überhaupt nicht von Bedeutung ist, ob da ein paar hundert mehr sind oder ein paar hundert weniger, ob da mal 10.000 weniger. Das ist völlig irrelevant und vor allem kein Anlass, die ganze deutsche Wirtschaft zu ruinieren und so viel Arbeitslose zu produzieren und so viel Unternehmens-Tode sozusagen zu produzieren. Das ist der Wahnsinn. Wer weiß, wie viele Leute, die jetzt pleite gehen, sich dann umbringen und Selbstmord begehen. Jeden Tag bringen sich in Deutschland circa 50 Menschen um. Oder denken Sie daran, allein jedes Jahr sterben durch Autoverkehr 3000 Menschen und niemand regt sich auf. Aber wir regen uns künstlich auf über ein paar hundert angebliche Corona-Tote. Also das sind alles Missverhältnisse, völlig wahnsinnige Missverhältnisse. Und dann wurde China erwähnt, die es jetzt ein Theater machen, irgendeine Gedenkfeier machen. Warum machen die solche Spiele mit? Was läuft da in China? Ist da jetzt die Pharmaindustrie ganz groß oder die Medizinindustrie ganz groß in China? Und hat die jetzt der Staatsführung das Gehirn gewaschen oder was ist da passiert? Also sind die jetzt auch von den Irrtümern angesteckt worden oder was ist da passiert? Denn gucken Sie mal China an. China ist etwa 17 Mal Deutschland. Also die Bevölkerung, ich glaube 1,4 Milliarden. Also wenn Sie die 84 Millionen Bürger Deutschlands mal 17 nehmen, kommen Sie wahrscheinlich ungefähr auf die 1,4 Milliarden Chinesen. Wir haben also China ist 17 Mal Deutschland. Und das bedeutet also, wenn wir also die lächerlichen 3.300 angeblichen Corona-Toten von China der letzten vier Monate teilen durch 17, also auf Deutschland Maß, dann haben wir gerade mal 194 Tote. Also sagen wir grob gesagt 200 Tote. Also in China sind so viele Menschen gestorben, so viele angebliche Corona-Tote gestorben, wie wenn wir in Deutschland 200 angebliche Corona-Tote hätten. Und jetzt bei 400.000 Menschen Sterblichkeit in den letzten vier Monaten ganz ohne Corona, 200 mehr oder 200 weniger, das spielt doch überhaupt keine Rolle für einen Staat. Das ist doch vor allem überhaupt kein Grund dafür, die ganze weltwirtschaftliche Position Deutschlands und Europas zu zerstören. Denn was passiert jetzt? All die anderen Länder, die eben nicht diesem Wahnsinn gefolgt haben, die werden jetzt natürlich wirtschaftlich aufholen und werden immer mehr die Fähigkeit bekommen, Deutschland und Europa zu überholen. Vielleicht war das auch eine... Das könnte natürlich sein, dass das Ganze eine chinesische Taktik war, dass die chinesische Staatsführung gesagt hat, ja, also die Europäer und so und die Amerikaner, sie sind ja so medizinhörig, das nutzen wir jetzt einfach mal, die sind ja so kapitalismushörig und die glauben ja all die Irrtümer der Medizin, ja, sozusagen. Und jetzt machen wir, wir wollen doch Europa und Amerika jetzt mal langsam deutlicher abhängen. Und jetzt sorgen wir mal dafür, machen wir bei uns ein bisschen Theater, ja, sozusagen. Machen wir bei uns ein bisschen Theater mit dem Virus und in Wuhan und so. Da machen wir mal ein bisschen Theater und Shutdown und so weiter. Dadurch bringen wir die naiven Europäer und Amerikaner dazu, das bei sich auch zu machen. Wir fahren dann schnell unsere Wirtschaft wieder an und fahren die Wirtschaft wieder hoch. Und Europa und Amerika kriegen einen wirtschaftlichen Niedergang, sozusagen. Und wir Chinesen sind ganz vorne, sozusagen. Ja, das könnte ich mir noch... Das würde mir erklären, warum die Chinesen so eine Spielerei mitmachen, wegen auf Deutschland bezogen in den letzten vier Monaten eine Schwankung von 400.000 plus 200 Tote oder minus 200 Tote. Also wegen eigentlich einer unbedeutenden Zahl, die in den 400.000, die so jedes Jahr in den Wintermonaten, in den vier Wintermonaten versterben, ist das also wie ein Tropfen auf dem heißen Stein völlig unbedeutend. Und ja, aber vielleicht ist das ein China-Coup gewesen. Ja, dann gratuliere ich China dazu. Sie haben also jetzt Europa, Europas Wirtschaft und Amerikas Wirtschaft einen Riesenschlag zugefügt über die Gläubigkeit, weil eben die Europäer und Amerikaner immer noch nicht, weil sie immer noch nicht auf die Next Scientist for Future hören, immer noch nicht Wissenschaft verstehen, noch nichts von Wissenschaft, von echter Naturwissenschaft verstehen und deswegen noch nicht erkannt haben, dass Medizin als Grundregel automatisch Irrtum ist, bis auf diese wenigen klugen Medizinprofessoren, Doktoren usw., wie sie jetzt in den Medien aufgetaucht, in den Internetmedien aufgetaucht werden und bis auf diese klugen Mediziner, die ja natürlich auch bei dem Weltrat der Weisen dabei sind. Ja, und ja, nochmal ganz kurz, weil wir ja kein Video ohne Lösungsidee machen wollen, ja, also immer, weil die Leute ja irgendwie, alle irgendwie viele zu faul sind, die anderen 400 Videos zu schauen, ja, gehen wir nochmal drauf ein, ja. Das heißt also, hier, da ist es, wir gehen wieder, ach so, das ist die Homepage, wir gehen auf Weltrat der Weisen, da hier die Lösungsidee, das ist die, die ja auch die Next Scientist for Future 2 übernommen haben, dieser Arbeitskreis von Weltrat der Weisen, also da, wo steht's, also erinnern Sie sich kurz an Woutans, übrigens NextScientistForFuture.de, alles ein Wort letztendlich, alles ohne Trennung. Also erinnern Sie sich kurz an Woutans Bruttonationalglück, Sie, lieber Leser, erhalten also eine neue Wohlfühlwahlstimme, also eine Wohlfühlstimme und dadurch wird also quasi, wird ihr Arzt quasi von den Kräften des freien Marktes befreit, die ihn dazu zwingen, immer mehr Irritümer anzuhäufen und anzuwenden, wenn er überleben will in diesem gnadenlosen Wettbewerb der freien sozialen Marktwirtschafters Dr. Markus Krall und stattdessen werden also die wahrheitsorientierten Ärzte, werden quasi die Gewinner sein, weil die, wenn die, also meine Wohlfühlnote und ihre Wohlfühlnote, lieber Zuhörer, verbessern sozusagen und ich seltener krank werde und so weiter, dann kriegen die, also wir tauschen quasi die beiden Seiten aus, die wahrheitsorientierten Mediziner kriegen fürstliche Gehälter, können viele Kinder ernähren und werden ganze Professorendynastien in die Welt setzen und die, die mit ihren gewinnbringenden Irrtümern, die Standard-, die Durchschnittsprofessoren, die einerseits, ja die viele Gelder von der Pharmaindustrie bekommen und so weiter, das ist ja alles seit Jahrzehnten bekannt, all die Skandale und so weiter, all diese Irrtumsträger, die müssen sich entweder entscheiden, entweder sie lassen sich von den zweitens, von den NextScientistsForFuture.de weiterbilden, kostenlos, was die ja kostenlos anbieten, über die öffentlich-rechtlichen Medien dann wahrscheinlich durchführen werden, in Videosendungen als Weiterbildung, kostenlose Weiterbildung, entweder die lassen sich korrigieren oder sie werden irgendwann ihre Praxis schließen müssen, weil sie so schlechte Wohlfühlnoten aufweisen und dann in den Ranglisten als die schlechtesten Ärzte zu einer Stadt geführt werden und dann wollen natürlich alle weg und wollen zu den guten Ärzten, den wahrheitsorientierten Ärzten. Das ist so ein mögliches Lösungsmodell. Die NextScientistsForFuture.de haben natürlich noch hunderte andere Lösungsmodelle. Also wenn das nicht gefällt, dann noch andere. Also nochmal kurz, liebe Milliardärskönige, also auch für Sie, wenn Sie gesünder, länger und glücklicher leben wollen, dann gibt es nur einen Weg, kooperieren Sie mit den NextScientistsForFuture.de Ja, jetzt gucke ich mal, ob hier noch was steht. Ah ja, hier ist ja noch ein Thema, noch ein kleines Thema. Ich kriege ja immer so E-Mails geschickt hier mit Kommentaren, die die verschiedenen Sender zu ihren Videos, zu deren Videos, also die veröffentlichen ja unsere Videos und auch andere Videos und so weiter von anderen Herstellern sozusagen oder Videoproduzenten. Und weil die, je nachdem, was die halt mögen. Und die haben mir berichtet, dass es da also irgendwas gab, Kommentare so in Richtung, ja, da hat man sich darüber beschwert, dass wir natürlich darüber nachdenken, wie wir diese Überbevölkerung wegbekommen. Denn wenn Dr. Markus Krall recht haben sollte, wo ist es hier, wenn Dr. Markus Krall recht haben sollte, dann würde das ja bedeuten, dass wir die 8 Milliarden Menschen nicht in der Lage sein würden, mit gesunder Bionahrung und gesunder sozusagen mit gesundem Bio, Super-Bio-Obst, Gemüse und so weiter zu versorgen, ohne Gifte und ohne all diesen Chemie-Sondermüll, den unsere jetzige Nahrungsindustrie herstellt, ja, das würde gar nicht funktionieren, ja. Also das müssen wir ja durchaus ernst nehmen. Vielleicht hat er da ja sogar recht. Also wir müssen natürlich dann auch die Umstellung langsam machen, weil wir können natürlich nicht von einem Tag auf den anderen jedem sofort Super-Bio-Nahrung geben, weil das vielleicht die Welt nicht hergibt, weil wir zu viele Menschen dafür sind. Also müssen wir schrumpfen. Und da hat einer wohl rumgemäkelt in einem Kommentar, dass wir ja sozusagen sagen, oder dass ich hier gesagt habe, als ehrenamtlicher Helfer sozusagen, dass das, also ich habe natürlich keiner, meine Ansichten haben natürlich, sind natürlich nicht autorisiert im Weltrat der Weisen und schon gar nicht in den nextscientistsforfuture.de, aber ich versuche halt, mich reinzudenken in deren Denkwelten und sozusagen, wenn wir jetzt das Phänomen haben, ja, dass wir also hier sozusagen viel zu viele Menschen haben, sozusagen in allen Ländern, dann müssen wir natürlich einer gucken dafür, dass eben hier, da dürfen Kinder, dafür müssen wir Anreize schaffen, dass hier im hochleistungsfähigen Bereich der Gesellschaften der Welt sozusagen viele Kinder, wenigstens einige Kinder geboren werden oder einige wenige Kinder geboren werden, um die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft aufrecht zu erhalten und all den Sozialhilfeempfängern sei gesagt, um deren Geld zu verdienen, ja, also und deren Produkte und so weiter, für die herzustellen, brauchen wir genügend Fähige im Land und deswegen müssen wir auch möglichst viele fähige Ausländer aus aller Welt reinholen und einladen, zu uns zu kommen, damit wir mit China zum Beispiel noch halbwegs mithalten können, ja. Und dafür müssen wir aber auch hier, es muss die Moral sein, wer keinen guten Beruf hat, sollte eigentlich keine Kinder bekommen, ja. Und dafür brauchen wir, das müssen wir natürlich die Menschen so befreien, dass sie wieder Kinder jahrelang, auch am Arbeitsplatz jahrelang stillen, weil das als natürliche Geburtenkontrolle eine gewisse Wirkung hatte und ich hoffe, diese Wirkung ist immer noch da heutzutage, wenn also die ganze Verklemmtheit wegfällt und die Kinder wieder genügend Körperkontakte generell haben, ja, dann sozusagen wirkt das auf die Mütter. Das würde also bedeuten, dass die Babys oft genug am Körper der Mütter sein müssen, damit dann diese Geburten, also diese empfängnisverhütende, natürliche empfängnisverhütende Wirkung eintritt. Aber wenn dann hier zum Beispiel hier doch zu viel Kinder geboren werden oder hier auch sehr zu viel geboren werden, dann muss es der Mutter immer auch freistehen, sozusagen zu sagen, nein, also nach der Geburt darf ich entscheiden, ob mein Kind es still einschlafen darf. Also das heißt, die Abtreibungsparagraf muss, während die Abtreibung ja wahrscheinlich sogar im Mutterleib möglicherweise schon auf eine Schmerzsensorik trifft, ist es ja so, wenn die Abtreibung ausgeweitet wird bis auf ein paar Stunden direkt nach der Geburt, dann müssen natürlich da sozusagen dann auf jeden Fall die besten Schmerzmittel der Welt eingesetzt werden, sodass diese Kinder dann natürlich, also sozusagen ein paar Stunden nach der Geburt abgetrieben werden dürfen, sozusagen ohne auch nur den geringsten Schmerz zu empfinden haben. Wie gesagt, so ein Vorschlag zum Nachdenken von mir persönlich war ja sozusagen Morphiumöle zum Einmassieren, die dann zum Sanften dahinscheiden. Ich weiß nicht, ob sowas technisch möglich ist, ob Morphium überhaupt durch die Haut geht und so weiter. Naja, aber auf jeden Fall irgendein sanfter, natürlich schmerzfreier Weg. Und das fanden wohl einige Kommentatoren, meinten, sie müssten sich aufplustern, dass das doch schlecht sei oder so. Ja, das ist nur deswegen schlecht, weil unsere verdienen wollende Medizinindustrie natürlich solche Irrtümer angehäuft hat, wie dass jedes Kind auch schon im Mutterleib operiert werden soll, weil es einfach Geld bringt. Also jedes Kind ist bis in der Natur, ist jedes Kind bis wenige Stunden nach der Geburt ein Experiment, das erst einmal zu beweisen hat, ob es überhaupt in diese Welt passt, ob es überhaupt ein funktionierendes Immunsystem hat und so weiter. Und deswegen normalerweise der Naturzustand ist, also hier nochmal zu zeigen, hier, ja, also zum Beispiel, es ist sogar so, dass es vor einigen Jahrhunderten, als wir sehr schlechte hygienische Verhältnisse hatten und durch die freie soziale Marktwirtschaft also in eheländigen, schmutzigen Verhältnissen gelebt haben, da hat sich erst in den ersten Lebensjahren eines Kindes überhaupt gezeigt, ob es gegen all die Viren und Bakterien überhaupt ein gutes Immunsystem hatte und so weiter. Und was nicht hatte damals, hat man es als ganz selbstverständlich akzeptiert, dass natürlich viele Kinder im Kindesalter sterben, das ist der ganz normale Verlauf der Evolution sozusagen, wenn, allerdings natürlich nur dann, wenn die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall unser Leben so zerstört hat, wie es eben vor einigen Jahrhunderten war, dass wir schlechte Ernährung hatten, vitaminarme Ernährung, weil die Lebensmittelhändler uns mit dem ganzen Müll ernährt haben, mit dem industriellen oder vorindustriellen Sondermüll damals schon ernährt haben, wir dadurch alle sowieso Immunschwächen hatten und dann war es halt so, dass aber auch in der Natur, wenn ein Kind mit Mutationen geboren wird oder mit Genomvariationen geboren wird, die dazu führen, dass es eben kein gutes Immunsystem hatte und dann ist es ganz selbstverständlich, dann sterbt das halt. Das ist dann natürlich traurig, aber das so ist Evolution und Natur und alle naturwissenschaftlichen Hinweise sagen, dass Frauen ein genetisches Fenster hätten, in den ersten Stunden nach einer Geburt zu entscheiden, ob das Kind leben darf oder ob es ausgesetzt wird und zum Sterben überlassen wird. Das ist ein Naturfenster und die Leute, die dann sagen, na, das können wir doch nicht machen, wir können doch mit der Pille die Geburtenkontrolle machen. Ja, also ich bin jetzt noch in Erinnerung, der letzte Bericht, dass also die modernen Pillen bei ganz vielen Frauen zu Thrombosen geführt haben, zu schwersten, zu Schlaganfällen und ähnlichen Dingen und so weiter. Diesen Chemiesondermüll wollen sie Frauen weiterhin zumuten. Das finde ich eine Unverschämtheit. Das waren wahrscheinlich Männer, die sowas gesagt haben, ja. Also es ist doch schrecklich, dass Frauen von der Medizin mit solch einem Chemiegiften vollgestopft werden, die so riesige Schäden anrichten können. Das ist unverantwortlich, ja. Also sozusagen, also man sollte eigentlich, Frauen sollten überhaupt keine Pillen nehmen, überhaupt keine dieser giftigen, lebensgefährlichen Dinger nehmen, sondern eben, wie gesagt, ganz intensiv stillen, dadurch die Geburtenabstände drastisch vergrößern und dann eben, wenn sie sozusagen, wenn sie erfolgreich beruflich tätig sind oder so, ja, und sie haben jetzt, was weiß ich, mehr als zwei Kinder, dann gibt es dann eben ab dem dritten Kind keine Steuerbefreiung für diese Mütter mehr sozusagen, sondern die, das ist quasi das, die Steuerbefreiung gilt nur für die ersten beiden Kinder zum Beispiel und all die staatliche Unterstützung gilt nur für die ersten beiden Kinder. Dann wird die Mutter sagen, okay, nee, das dritte Kind will ich nicht und dann wird sie kurz nach der Geburt dann entscheiden, dass das Kind eben sozusagen, wie unter Naturbedingungen nicht fürs Leben bestimmt ist und wird das selber entscheiden. Und hier, wenn dann jemand sich an die Moral der Gesellschaft hält und sagt, nee, ich bin beruflich nicht qualifiziert genug, ich habe keinen Job, ich bin arbeitslos, dann sind die Kinder, die dann geboren werden, sind einfach nicht, das kann ich der Gesellschaft nicht zumuten, dass sozusagen wieder ein Kind geboren wird, das auch wieder arbeitslos wird und so weiter. Das sind ansonsten, ich folge ja jedem, der sagt, nein, nein, ich glaube der Medizinideologie, der sogenannten Medizinethik, der Geldmachethik der Mediziner, nein, wir müssen jedes Leben retten, wir müssen jedes Kind schon im Mutterleib ruinieren, wir dürfen also auch müssen Kinder mit schwachem Immunsystem, wir müssen da Milliarden Gelder reinstecken, auf das die europäische Volkswirtschaft geschädigt wird, auf Teufel komm raus und die Gelder in die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie abfließen und so weiter. Anstatt das zu machen, wie es noch vor ein paar hundert Jahren war, ja, wenn das Kind halt die ersten drei Jahre nicht überlebt, ist doch kein Problem, dann war sein Immunsystem nicht stark genug für die damaligen Lebensverhältnisse halt. Und das haben auch alle Menschen akzeptiert, weil die Medizin damals noch nicht so einen Terror gemacht hat, dass immer alles überleben muss. Ja, also denkende, denkende, vollentwickelte Persönlichkeiten als Erwachsene, natürlich wollen wir immer schützen, dass die alle überleben, ja, aber, also Kinder, ja, und Frauenabtreibungen zuzumuten, ist schon eine Unverschämtheit, ja, warum müssen Frauen abtreiben, warum dürfen sie nicht, wie es in der Natur immer war, nach der Geburt, die Geburt ist übrigens auch ein, für Frauen ein wichtiger Vorgang, das wissen viele, glaube ich, gar nicht, dass, also wenn Frauen nie geboren haben, ja, sondern vielleicht immer alles über Abtreibung gelöst hat, dann ist das total, angeblich total ungesund. Frauen müssen auch mal geboren haben, ja, und deswegen ist es viel für die Gesundheit von Frauen, wenn das stimmen sollte, ja, ist es viel wichtiger, dass also sozusagen Frauen Kinder gebären und dann frei entscheiden dürfen und ohne Pille und ohne Abtreibung, Abtreibung kann auch immer tödlich enden für Frauen und so weiter und das ist eine Unverschämtheit, den Frauen die Pille zuzumuten oder Abtreibungen zuzumuten oder andere dieser schrecklichen Maßnahmen, ja, sozusagen. Frauen müssen das Recht haben, körperlich völlig unversehrt zu sein und in den wenigen Stunden nach der Geburt dürfen sie frei entscheiden, sich von den Kindern, die Kinder sozusagen, wie man es früher gemacht hat, auszusetzen, nur dass wir das natürlich auf viel humanere Weise machen, sodass das Kind total glücklich und glückselig sanft einschläft und wenn die Mutter das entscheidet, ja, und nur so hat Europa eine Chance, dass es mit China und USA wirtschaftlich mithält, denn wir müssen und gleichzeitig die Bevölkerung schrumpft, denn wir müssen, das haben wir ja gelernt, dass wir autarker werden müssen jetzt, weil wir haben uns abhängig gemacht von der Weltwirtschaft und wenn die mal jetzt durch diese Corona-Hysterie still steht, dann hat sich ja gezeigt, wir müssen, das hat ja Sarah Wagenknecht auch richtig erkannt, dass wir eben wieder sozusagen durch eine sinnvolle Planwirtschaft mit sinnvollen Subventionen lebenswichtige Produktionen im eigenen Lande halten müssen, also kerngesunde, naturbelassene Nahrung müssen wir im eigenen Lande halten und wenn Dr. Markus Krall recht haben sollte, dass dafür wir zu viele Menschen in Deutschland sind, dann müssen wir schrumpfen, ja, wir müssen vielleicht 50 Millionen werden und behutsam und langsam auf 50 Millionen runter, weil kein vernünftiger Mensch will auf gesunde Nahrung verzichten, wir haben jetzt über die ganze Zeit der freien sozialen Marktwirtschaft vielleicht schon 400.000 Jahre lang verzichten wir auf gesunde Nahrung und das muss doch mal aufhören, also sozusagen, also jeder vernünftige Mensch würde sagen, lieber reduzieren wir unsere Geburtenzahlen und sorgen aber dafür, dass hier nicht eher noch eher jetzt gesteigert wird, aber hier müssen wir reduzieren, ja und was anderes gibt es nicht, weil alle, die jetzt sagen, oh nein, wir wollen doch dieser Medizin, Finanzethik folgen, dass jedes Kind geschützt werden muss und alles und am besten auch gar nicht abgetrieben wird und am besten auch keine Pille genommen wird und so weiter, ja, dass diese Leute, die sind sich offensichtlich dann nicht klar und nicht intelligent genug zu erkennen, dass das den Niedergang Europas besiedelt, definitiv, ja, also unter die, das bedeutet, also was weiß ich, das Römische Reich hat vielleicht auch solche Dekadenzerscheinungen gehabt und ist deswegen heute nicht mehr existent, ne, und, und, ja, also, ich habe ja in einem der letzten Videos geschildert, so das Szenario, dass eben vielleicht Europa irgendwann einfach mit Biowaffen beschossen wird, dadurch die gesamte Bevölkerung stirbt und, und dann eben zum Beispiel von USA oder von China oder von Indien besiedelt werden wird, ne, und, ja, und warum, warum müssen wir Europa sterben lassen? Ich sehe keinen Grund da drin, wir müssen einfach nur das Evolutionsspiel mitspielen und das heißt, viele leistungsfähige Kinder, viele Innovatoren müssen geboren werden und es dürfen, und da wir insgesamt die Bevölkerungszahl reduzieren müssen, sollten wir aus diesem Bereich nach Möglichkeit gar keine Kinder haben, und, 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 und deswegen die, die ganzen Bürger hier bitten, liebe Leute, ihr wollt doch auch gesunde Nahrung haben und so weiter und, ihr müsst eben euch entscheiden gegen die Kinder, weil, äh, sonst, äh, haben wir bald in, in ganz Europa zwei Euro am Tag für jeden, und dann habt ihr auch zwei Euro am Tag vom Leben, also als Arbeitslose zum Beispiel, ja, weil eben ihr nicht mitgeholfen hat, dass es, dass hier das Gleichgewicht erhalten wird, nämlich, dass die Fähigen sich ausreichen, denn die sind ja die, die euer Arbeitslosengeld erarbeiten, ne, und, und, und was wollt ihr machen, wenn, wenn ihr zwar viele Kinder kriegt und die alle auch wieder arbeitslos werden oder ein Großteil davon arbeitslos wird, und, und, und wer sollt euch denn ernähren, ne, wenn, ja, wer sollt euch denn ernähren, das ist, dann wird, wenn ganz Europa sich Richtung Afrika bewegt und zwei Euro am Tag das, die, die Lebensbasis ganz Europas darstellen, dann wird man euch gar nichts mehr geben, dann werdet ihr verhungern, ja, weil man euch nichts mehr geben kann, weil, wenn alle kurz vorm Verhungern sind, dann, dann wird, wird niemand mehr einen Arbeitsplatz, durchfüttern, ja, also, niemand, ihr werdet verhungern müssen, also, deswegen, überlegt euch euren Protest gut, der ist nicht sehr rational, ja, ja, also, ich fasse es nochmal zusammen, Bevölkerungsreduktion durch Kapitalismus, ach so, das ist das nächste Argument, ja, also, das ist ja so, dass immer wieder viele betonen, ja, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, der Kapitalismus, hat uns ja dazu gebracht, dass wir alle immer weniger Kinder bekommen haben, das liegt aber daran, weil eben, ja, die freie soziale Marktwirtschaft, sozusagen, ja, hier nochmal das Standardbeispiel, hier, dieser Lebensmittelhändler, vielleicht der erste, sagen wir mal, vielleicht vor 350.000 Jahren, ja, der lebte in der Welt der Wahrheit und sagt, ja, ist doch ganz toll, dass ihr alle so glücklich seid, in eurem liebevollen Kommunen und so viel Körperkontakt habt, ist doch wunderschön, und der hier, der vielleicht hunderttausendste Lebensmittelhändler, der hat plötzlich einen wirren Kopf, ne, der hat Irrtümer im Kopf und der denkt, ach, ist das eklig, dieser viele Körperkontakt und dieser ganze Sex in den Kommunen, ach, ist das widerlich, ja, und, ja, und die Leute, seine, die Leute, die ihm zuhören, seine Kunden, die er besucht, sozusagen, die, die werden verklemmt und unterdrücken ihr Liebesleben und werden unglücklich und da sie unglücklich werden und so weiter und dann entstehen ja auch durch die ganzen anderen Irrtümer, entstehen so verrückte Gesellschaften, das heißt also, mehr Kapitalismus bedeutet verrücktere Gesellschaft, in der alles unnatürlich wird und alles verrückt wird und natürlich sinkt dadurch die Geburtenrate, aber um den Preis eines zerstörten Lebens durch den Kapitalismus, also diese Ideologie, mehr Kapitalismus bringt uns die Überbevölkerung vom Tisch, sozusagen, ist eine Wahnvorstellung, weil es bedeuten würde, dass wir den Rest der Welt auch noch total unglücklich machen, die teilweise noch intakte soziale Bezüge haben, die müssen wir auch noch total unglücklich machen, den Rest der Welt, ja, durch den Kapitalismus, damit die endlich auch aufhören, Kinder zu bekommen, ja, und das ist doch, das sind verrückte Strategien, ja, also, Bevölkerungsreduktion durch Kapitalismus und durch Pille oder Abtreibung sind geisteskranke Konzepte einer krankmachenden Medizin, aber menschenfreundlich ist das nicht, sondern menschenfreundlich ist, wenn wir unsere Frauen weder durch Abtreibungen schädigen, noch durch Pille oder andere dieser fürchterlichen Verhütungsmittel schädigen, sozusagen, Sondern wenn wir den Frauen das Recht geben, sie entscheiden über das Leben des Kindes bis einige Stunden nach der Geburt und wir versuchen, dass die Frauen so viel Freiheit wiederbekommen, dass sie so natürlich ihre Kinder stillen, dass für viele Jahre sozusagen eine natürliche, hormonelle Empfängnisverhütung wirkt, die nichts mit den schädlichen, krankmachenden Chemiehormonen der Pharmaindustrie zu tun haben. So, also jetzt, ich hoffe, dass es jetzt deutlich geworden ist, dass ich höre gerne, ich bin ja gerne bereit, über alles zu diskutieren, aber dann bitte schön hier, ach so, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, bitte schön ganz klar sagen hier, Wie wollen Sie das Kaputtgehen Europas verhindern, indem wir so weiterfahren wie bisher, dass unsere Arbeitslosen dafür zuständig sind, die Kinder zu bekommen, aus denen mehrheitlich wieder Arbeitslose werden und wir alles tun in Europa, um zu verhindern, dass unsere hochqualifizierten Leute überhaupt noch Kinder bekommen. Was soll aus einer solchen wahnwitzigen Bevölkerungspolitik? Da höre ich noch die SPD so im Hinterkopf, Ja, jedes Kind, das geboren wird, ist ein Genie. Das habe ich aber auch schon tausendmal gesagt, dass es wissenschaftlich, naturwissenschaftlich bewiesen ist, dass man durch die bestmögliche Bildung aller Zeiten, wenn ein Kind hier einer Arbeitslosenfamilie hier geboren wird und mit einem IQ geboren wird, vielleicht von 70 oder 80 oder so, dann können wir mit maximaler Bildung es vielleicht schaffen, dass die berufliche Leistungsfähigkeit von der Arbeitslosigkeit vielleicht in die Hilfsarbeiterfähigkeit geht. Mehr können wir nicht machen. Wir können mit sehr schlechter Bildung das Ganze noch etwas unfähiger und dümmer machen den Menschen und hier können wir ihn mit sehr viel Bildung ein bisschen qualifizierter machen. Aber es ist absolut unmöglich. Außer das Kind ist eine so ausnahmsweise genetische Supermutation, die allerdings kaum vorstellbar ist. Aber es ist nicht möglich durch eine Bildung, der Apfel fällt eben tatsächlich nicht weit vom Stamm. Es ist nicht möglich durch Bildung ein Kind hierhin zu verschieben. Das ist nicht möglich. Und deswegen also an alle Träumer, alle antinaturwissenschaftlichen Träumer, bitte erklären Sie mir, wie wir Europa retten wollen, vor dem Niedergang retten wollen und wie wir Europa davor retten wollen, vor dem Zustand, in dem die ganzen Arbeitslosen dem Verhungern überlassen werden, sozusagen, wie wir das verhindern wollen, ohne dass wir jetzt mal langsam vernünftig werden und zwar lernen von der Naturwissenschaft. Wie gesagt, das sind alles nur meine privaten Gedanken, aber ich hoffe, dass es ein paar vernünftige Leute gibt, denen es einleuchtet, dass die, ich will ja nochmal erklären, wir brauchen ja nur 5% der Gesellschaft, denn wenn wir 5% der Gesellschaft überzeugen, interessiert uns erst einmal nicht, dass 95% der Restgesellschaft nur Bahnhof verstehen, denn diese 5% werden dann anfangen, so viele zu überzeugen, dass wir dann irgendwie 31% der Gesellschaft erreichen und mit 31% wird also die Partei, die dann sagt, wir übernehmen die Konzepte der nextscientistsforfuture.de, die wird dann eben mit 31% dann schon den Kanzler stellen können und dann können die Konzepte alle umgesetzt werden. Ja, so, jetzt, ich glaube, das war es für jetzt. Ja, und nur nochmal für all diese Zweifler, nochmal auch wieder einer dieser vernünftigen Ärzte, der als Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Deutschland ganz klar hier schreibt, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, ja, in jeder Hinsicht, auch was die Geburtenkontrolle und Empfängnisverhütung anbetrifft. Tschüssi!